Ich bin Marie, ich bin 31, bin jetzt seit vier Jahren Mitarbeiterin in der Herberge zur Heimat, mache da die Öffentlichkeitsarbeit zu Hause. Ja, das ist für mich ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht auch mal die Tür zumachen kann, wo man mal für sich alleine sein kann, wo aber auch Menschen sind, mit denen man sich versteht und die müssen nicht unbedingt Verwandtschaft sein und man dann zu zweit auch mal auf der Terrasse sitzt und irgendwie einen Wein trinkt oder ein Bierchen trinkt, zusammen isst, ist zu Hause. Ich brauche das tatsächlich, weil ich bin gerne unterwegs, ich treffe auch gerne neue Leute und neue Kulturen und neue Länder, aber ich komme gerne nach Hause und komme dann da auch noch mal ein Stück weiter runter. Also es ist dann wieder so ein Ankommen und auch im Alltag ankommen und es ist ja auch toll, wenn man dann wieder einen normalen Alltag hat und nicht mehr jeden Tag, wo fahren wir eigentlich hin, was machen wir eigentlich? Einer hat eine Untertitelung. BR 2018